und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute machen wir ein lucky block race gegen klumpi und ja wir fangen auch gleich mal an würde ich sagen klumpi bist du bereit ja bleib hinter der ziellinie ach egal let's go die scheiß drauf 3 2 1 go okay galaxy sorte hier leute wir machen es schon mal den ersten block auf und ich habe eine galaktik keine ahnung ich habe ein gott was auch weg zu machen jetzt muss wieder du ich habe immer aufgemacht ich kann leider nicht schwimmen ich habe es nicht gemacht geschät ich hoffe ich hoffe nie das ist es ich kenne es gar nicht ich schau mal auf den tag damit okay haben wir mit dem etapel fliegen nee der gibt einem nur speed zwei milliarden ich kann es überspringen er hat sich ein problem warte wir uns abwechseln jetzt mache ich auf was das hier was ist ein schuss was shooting star das ist doch ein speck an ich habe ich denke kann ich kann sie schenken willst du ja wirklich okay du bist so ehrenlos was ich gebe dir noch ein bisschen rüstung wer ist er aber wir haben wir haben wir haben deswegen spontan bei mir bei diesem schwer okay jetzt mache ich treulauf warte doch mal okay jetzt machst du jetzt war ich mal zuerst auf okay mach du auf ich bin ich hingeflogen ja was machst du mal stehen geben und eins nein spaß es wird nacht mach mal kurz bitte tag ich muss erstmal hier wieder fliegen so warum liegt hier überall was ist er hier eigentlich das hat mich leute wir sind jetzt wieder back am stadt aber mein schwert hat überlebt mein schwert hat überlebt das mit diesen keine zwei milliarden was weiß ich dem attack damage ich mache die lexie auf ja ich habe heute so wenig glück mal gucken wenn du einen drachen bekommst ich habe ich schalten er piste ich wenn ich einen drachen du bist jetzt sowas von tot jetzt komme ich mit beim galaxy zu hoch nein okay komm wir machen aber weiter auf machen aber weiter auf das vergessen wir jetzt aber alles dem müll im gegensatz nein nein das vergessen jetzt alles okay komm du hast du erst auf geil du hast ja mein weg hier abgebaut das fand ich jetzt nicht so nett ja okay oh mein gott mit meinen schuhen wirkt es so ganz ganz komisch warum kann aber also alles wird weiter nach haut macht das ist keine ahnung jetzt mache ich zuerst auf ich bekomme zwei diamanten spitzhacken ich habe hypnosis material jetzt mache ich auf ne galaxy bombe ich kann das essen nein im es ist nicht okay es ist überhaupt nicht das ist eine bombe hat er gehe ich dann in die luft darf ich mal essen ich glaube ich es ist es nicht ist es nicht werft das weg werft das weg das bringt den ganzen server schießt damit nicht das bringen dass das server zu legen werft das einfach weg ich habe wieder russieren zwei hier aus haben das darfst du eh nicht benutzen du wirst irgendwann verstehen warum wir es nicht benutzen dürfen so jetzt heute so weiter hat es hier wieder okay bauen jetzt hier diesen trollblock ja wow ein anvil ich habe die problem ist du bekommen holz ja ich bekomme ich raus kannst du ihm helfen jetzt der herr hier the friendly giant bitte sei was geiles bitte sei was geiles okay jetzt mache ich mal auf oh mein gott das eigentlich so machen wir machen gegenseitig was ist das nein mein item ist runter gefallen hier so leute es geht jetzt auch weiter mit dem wo ich bin ich mich gerade runter gefallen was ist das hier ich habe galaxy gas gut guck du hast jetzt schon gewonnen wer ist er denn jetzt hier dino bohnen ich sehe schon kackt in der bohls leute als extra regel gibt es bei der wozu erst im ziel drin ist darf sich drei random items vom gegner aussuchen oh hey peter du nimmst galaxy gas nein random ich weiß ja nicht mehr random ja oder wollen wir mit also mit aussuchen nein wehende also ich musste dann drei random beim ist ein creeper hallo bei mir machst du eh nur minus untergrundmusik bei dir hä ich habe mir warte wir sind wir sind jetzt hier da können wir kurz nicht weg und ich habe gerade aus versehen galaxy gas geworfen das war glaube ich gerade echt gar keine gute kurs vor ich kann mir kurs muss ich weiß es nicht ob die so ich habe wieder ein schwert mit 20,5 attack damage super missouri potion dinge sind redstone 6 bitte können wir fliegen nein es sieht aber gerade in absolut scheiße komisch aus leute bist du mir ist nur ganz ganz schnell hier mal weg wir haben grüß ich weiß was sagt wordblock wordblock bringt uns nix wir können es hier raus noch von kurs fortsch machen ich bin hier und ich weiß nicht wie ich hier wohnt und dann noch brauchen wir nicht kommen wir ein paar schuhe daraus schon am ende nein ich bin noch nicht am ende ich baue mir schon beim wasser ne ich würde mich jetzt anstrengen ok die ist mir so ein barrier blöcken ich habe ich habe ein foto hammer ist die fliege leute wir fliegen kurz dort hin wo wir gerade eben ich habe alles auf video ich war gerade beim ende muss auch wirklich durchs ende gegangen sein ja ja war ich warte ich muss doch dass ich musste dann nur noch hier die treppen hoch die hitboxen leute so jetzt gehen wir hier ganz ganz schnell einfach hoch ich kann hochfliegen du musst dann auch alle lucky blöcke aufgemacht haben hallo hey wie unfair ich habe es ja auch auf video wo sind auf einmal alle seine lucky blöcke hin die habe ich alle abgebaut was den willst du hey woher kann ich mir doch noch alle da ok komm ich würde sagen wir nehmen auch bei random items darf ich ja ok random ok ich gebe der wende welche fliegt man schnell zu mir vor mir nein ich darf mir random aussuchen ja ok mach ich komme drücken auf den knopf dann kommst du in der arena ich weiß der was ob du hast du wenn der dinge hast du wirst du ja du musst jetzt alles einfach in den inventar tun und mischen ok hier warte ganz kurz ich klebe kurz weiter ja so ist nicht so und zwar direkt in der mitte also in der mitte von der oberen hotbar also sie ist hier so und dann die mitte das heißt ganz ganz oben in der hotbar also ganz ganz oben in der mitte ist ja über der hotbar in der mitte das dritte ja ok dann nehme ich in der hotbar das dritte du wechselst gerade um nein ich kann ich kann es sogar am ende das video schicken wirklich und dann noch in der hotbar die mitte das tut mir leider echt leid ich glaube ich habe mies vergangen ja warte ich ziehe mich jetzt mal schnell also ich ziehe jetzt mal ganz alle meine rüstung an leute ähm das hier ist unsere ausrüstung ich weiß wir sind richtig fett am werden wahrscheinlich richtig verlieren drei werte zwei kurz eine sekunde herr war was war dieses zugegeben 1 ich bin jetzt unsterblich so leute wir sind jetzt auch kannst du mal bitte ein anderes schwert benutzen ja gerne habe ich gerade eben einen schlag mit dem op schwert überlebt ja warte habe ich doch noch ein op schwert du hast ja nicht gesagt ich soll ja jetzt woher hast du das jetzt ja das habe ich ihm weites rausgezogen keine ahnung ok 321 los ich bin umsterben ich habe doch diese einen schuhe du hast gar keine schuhe äh hose glaube ich ja ich glaube die die revival benutzt die galaxy sort kein klack das galaxy galaxy sort ist schlechter als diese klaue ich habe ein schwert gedroppt wirklich nein ich habe es nicht aufgesammelt schade äh so leute wir sind jetzt auch wieder hier wir mapfen erstmal unsere äpfel ne mit dem ding da killst mich ja instant kannst du mal ohne die ose machen so leute wir werden ihn jetzt easy wegletten denn gestern das war ein bisschen zu viel ne also leute das wird jetzt alles abbekommen ähm bist du bereit ja 3 2 1 ko ja leute ähm ja so leute das war's auf jeden fall mit dem video lasst auf jeden fall ein like und abo da und ja schau doch bei klumpi vorbei ne warte ganz kurz bevor du die anmoderation äh beendest äh abmoderation ich häng dir schnell was weil du verloren hast liegt hinter dir ja auf jeden fall leute das war's mit dem video schaut bei klumpi vorbei und ciao ko wo 4 wie wo 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 Vielen Dank.